Hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA Online, wo wir heute über den Hügel 2 spielen. Momentan ein paar Missionen-Challenges gibt es nach dem Urlaub wieder. Am besten schlagt ihr welche vor in den Kommentaren. Für heute werden wir erstmal sehen, wie hart manche Sachen im Leben sind. Und falls sich jemand wundert, warum wir im Hintergrund immer angeschossen werden. Wir wurden in einem Gangkampf gespawnt. Ja, ja, genau. Wurde ich auch gerade. Und dann einfach direkt totgeschossen. Im Gangkampf direkt reingespawnt und totgeschossen. Ja, und es ist hier ein Motorradrennen. Manche Sachen im Leben sind echt hart und da redet jemand zu uns. Wer denn? Was? Was? Bei der Currywurst. Er spricht die ganze Zeit. Manche Sachen im Leben sind echt hart, hart wie ein Berg, der zwischen dir und dem Ort steht, an dem du sein solltest. Warum geht's hier nicht weiter? Jetzt geht's los. Ja, los geht's. Ganz ruhig, Alter, ganz ruhig. Ruhig Blut. Nein, nein, nein. Ich will jetzt endlich mal spielen. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Ich werde die ganze Zeit geschossen, äh, beschossen. Ich hoffe, ich sterbe nicht hier im School. Oder bist du schon wieder zurück von den Bahamas? Auch wenn die Folge über den Monitor flimmert, weiß ich's gar nicht 100% genau. Aber ich glaube, bin ich gerade wieder da. Wie war's denn? Schön. So, ich nehme mal ein schönes Motorrad hier. Hm. Ach komm, nimm mal so das hier. Was nimmt man denn da jetzt besser? Nimm das Carbon RS. Getuned. Warte mal, warte mal. Ist das, ist das, ist das, ist das... Nimm ich die Sanchez. Sanchez! Nimm die Sanchez! Was? Ja, ich nehme die Sanchez. Guck mal, ein Weihnachtsmann ist heute auch dabei. I'm a Barbie Girl in a Barbie World. Happy Nation. Accusation. Ist das nicht Imagination? Life is your creation. Ja, ich, ja, entschuldige, ich kenne das nicht so aus aus. Er kennt das wieder. Du kennst das wieder. Come on Barbie, let's go party. Oh, 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 oh. Da tanzt ja Dennis immer zu, wenn er aus der Dusche kommt mit seinem rosa Bademant. Genau. Singt dann die Klobürste rein. Aber in die Benutzte. Ah. Sind das Smarties? Alter, die sterben nicht so herftig. Alter, wie viele Leute sind das? Ach du Scheiße. Okay, das wird lustig. Äh, wir werden sterben. Wir werden alle sterben, aber das wird lustig. Huah. Alter. Boah, was geht ab, was geht ab, Alter. Nein. Was, schon tot? Ich bin einfach dagegen geditscht und bin schon tot? Ich hab heute echt kein Glück. Boah. Dann machen wir das Rennen nicht schon mal. Boah, der Sarraza ist gerade über mich drüber geflogen. Das Rennen haben wir schon mal gemacht, ne? Ich bin auch super schnell gestorben. Ich bin nur wo angeditscht und war sofort tot. Ja, war ich auch gerade. Was? War ich auch gerade. War ich auch gerade. War ich auch gerade. War ich auch gerade. Sarraza, erzähl uns auch eine Geschichte. Ja, mal. Ja, mal wieder. Boah. Was haben wir denn teilweise... Der Freiwild wieder hier rumfliegt mit seinem Mic. Boah, nein. Tobi ist auf dem Ersten. Juhu. Boah. 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 Ja, scheiße. Andrea Berg. Da geht die Sanchez mehr ab, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Es geht so. Also bergauf. Ja doch, als wenn ich die Currywurst so sehe mit der Sanchez hier gerade. Ja, ja, ja. Alle überholen mich gerade. Ne, ich bin gerade voll lahm. Boah. 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 Der Freiwild will mich die ganze Zeit abdrängeln, der Pisser. Der Curry ist hier. Boah. 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 Das war's. Kann ich respawnen? So'n Mist. Ey, du kannst mich nicht respawnen. Fick die Wand an, jetzt mal ganz ehrlich. Ja, ich halte Y gedrückt. Boah, Alter, der Freiwild nervt einfach nur. Nein, ich bin runtergefallen. Ich glaub, ich hab dich grad noch gesehen aus dem Augenwinkel. Boah, ich hab einen Mega-Style gesehen. Ey, das war so unnötig. Unnötig. Nein, ich bin auch runtergefallen. Scheiße. Der Grom sieht alle diese Fliegen. Ich bin runtergefallen, aber bei mir ist er nicht gespawnt wieder. Ja, hui. Hier fährt ein Motorrad ohne Fahrer. Ja, ich bin schon hier runtergefallen. Hier fährt ein Motorrad ohne Fahrer. Ghost Rider, Alter. Ghost Rider. Die Blöde. Ich bin tot. Ich wünsch, ich wär's eben gewesen, aber du bist ja Heidi High. Da ist der Wallet. Oh, hallo. Oh. Ey, ich bin tot. Willst du mich verarschen? Oh. Oh. Ich fahr da gegen ne Wand. Alter, nein. Ja, ja. Du bist sofort tot. Wer hat sich diese Scheiße bloß ausgesucht? Boah. Ah. Aber das ist eigentlich lustig. Also man muss halt höchstisch aufpassen, ne? Ey, Walle. Drehst du mich tatsächlich? Ja, du drehst mich. Oh nein. Ich würd dich niemals drehen, du kleiner Dreher, du. Du hast den Drehraum. Der Sarraza ist vom Beruf Dreher übrigens. Ja, ja, genau. An der Drehscheibe? Ja. Beim Roulette. Das ist der Sarraza. Den kenn ich doch. Alter, die Strecke hier zu finden überhaupt erstmal ist manchmal echt ne Rätsel. Boah. Bergab ist richtig krass. Ich frag mich den Letzter. Oh Mann, jetzt bin ich gleich Letzter. Wer ist denn Letzter? Der Benni. Ja, Mann. Wer ist denn Letzter überhaupt? Aber irgendeiner ist ganz weit abgeschlagen. Ja, irgendeiner ist mega weit weg. Ich mein, ich war schon abgeschlagen, als ich da diesen Superstunt hatte. Scheiße. Fuck it. Alter. Nein. Nein. Kann ich bitte sterben? Da ist ja, ey. Das ist so blöd. Ich fall den Berg runter. Alter, ich verpasse hier immer diese Scheißdinger Berg runter. Verpasse ich die ganzen... Alter. Falsche Richtung. Fick nicht. Ich fahr einfach weg. Ist mir jetzt scheißegal. Bäm. Bäm. Ich bin auf dem ganzen Berg runter geflogen. Alter. Alter, ich fack jetzt aber geil. Wie geil. Wie geil ist das bitte den Berg da? Ich hätte... Boah, wahnsinnig. Das Berg runter ist echt mies. Alter, hör auf, ey. Das springt immer falsch und ich bremse und es bringt nichts. Oh, nochmal runter. Cool. Ich hab einfach noch Gas gegeben gerade. Nein. Ich traue mich gar nicht mehr zu fahren. Ich traue mich gar nicht mehr zu fahren. Ja. Nein, Felsen. Ich bin tot. So. Der Tobi wird ganz easy, man easy Erster. Tobi, ich hasse dich. Ich bin nicht einmal runtergefallen. Ich weiß nicht was ihr habt. Bist du nicht einmal runtergefallen? Ja, man muss echt vor dem Gas gehen. Aber ist mein Gott. Nein. 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 Nein, ich fall schon wieder runter. Ich muss sterben. Tschüss Berg. Tobi. Boah, da ist er ja. Schasse dich. Schasse dich. Schasse dich. Ich weiß, ich weiß. Und so. Ja. Platz 13, Alter. Da kamst du aber an mir vorbeigeschossen. Nein. Alter, der fährt hier immer runter. Das gibt's doch einfach nicht. Was geil ist, wenn du die Punkte verpasst. Alter, ich krieg Bandwürmer, wie der hier fährt gerade. Also ich fahre. Tobi, auch zu lachen. Ich hasse dich. Fahr einfach runter den Berg. Fahr einfach den Berg runter. Das ist echt super launisch. Oh nein. Oh, Benni, du bist aber geflogen. Wuhu. Wuhu. Alter, das war geil. Okay, jetzt hab ich's. Nein. Den krieg ich nicht. Du gibst am besten gar kein Gas. Ja. Ohne Scheiß. Einfach runter. Downhill gehst einfach kein Gas geben. Ist mir egal, Alter. Ich fahr hier einfach. Juhu. Kalsche Richtung. Scheißegal, Alter. Das macht mehr Spaß. Alter, Benni. Ich konnte es nicht nehmen. Ich glaube, ich klatsch den Controller gleich hier in den Mund. Benni, ich hab dich noch gekriegt. Oh nein. Und den Punkt verpasst. So. Deh, 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 deh. Alter. Nein, Benni. Ne, Alter. Nie beendet, oder was? Ey, ich bin in die Luft hängelblieben. Nie beendet, Alter. Wie peinlich. Aber egal. Das ist ein richtiges Rennen, ey. Boah. Deh, 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 deh. Die Musik passt mal grad gar nicht. Die hat grad eben mega gepasst. Ey, Tobi. Ah, der Tobi. Ah, Tobi wieder, ey. Tobi hat die Crew gerettet. Tobi, was ist denn mit dir los? Guckt euch mal die Zeit an, Alter. Vier, drei. Wie hast du das gemacht? Wie? Ja, bisschen konzentrieren, bisschen bremsen zwischendrin und dann. Ja, man darf echt nicht einfach Gas geben, ne? Gefällt mir nicht. Nochmal. Nein. Was? Bist du bescheuert? Nimm nochmal dieses Rennen, ey. Ohne Witz. Ich fand das eigentlich cool. Ich hab's halt verkackt, aber irgendwie war's doch cool. Aber deswegen Massen gefällt mir nicht, ne? Ja, oder? Das hab ich mir verknickt einfach. Ja, ja, ja. Würde ich ja nicht sagen. So, Mr. Killer. Komm, wir machen mal was. Noch schnell ein anderes Rennen. Ja, hast recht. Mit einem Auto oder sowas, weil das war wirklich jetzt. Ja, aber das ist ganz anders hier. Komm, wir machen jetzt einfach mal die Buckelpiste. Was ist denn das? Haben wir das nicht schon mal alles gemacht? Oder der... Der Soldat James Ryan. Der Riat. Der Riat. Der Riat. Der Riat, achso. Der Riat. Der Riat. Der Riat. Der Riat. Der Riat. Ah, ist schon wieder Flug, ne. Weißt du? Das hab ich schon gespielt. Piraterie? Das ist ne Deathmatch, Leute. Das ist ein Deathmatch. Was denn Piraterie hier? Stürmische See mit Piraterie? Ach so, Buzzerd Kampfhubschrauber. Okay, ne, ich dachte gerade da war irgendwas mit Piraten auf dem Boot oder so. Leute, Leute, ganz kurz. Das ist das Deathmatch wieder, ne? Das ist das Deathmatch mit Panzern und... Wie vorhin. Okay, dann nicht. Dann gehen wir alle zur Buckelpiste. Komm, ganz schnell. Okay, Buckelpiste. Ja. Buckelpiste. Dill, dill. Nein, nein. Dann werden wir jetzt... Ja, ist doch nicht so schlimm. Dann reihrt heute der John-Dart-Soldat James Ryan. Ich hab noch schon gespielt. Das ist echt wie das eine, aber ein bisschen langweiliger noch teilweise, weil das Szenario ist einfach größer. Boah, das beruhigt einen voll, wenn du das so sagst. Ja. Boah, ich würd mal gern Panzer-Battle müssen wir haben. Wir müssen mal selber Karten machen. Wir können doch den Editor. Ich hab schon eine Karte gemacht. Also ich kann sie mal für die nächste... Ja, weil es auch ein Deathmatch ist, einfach. Ja, aber so Panzer-Deathmatch wäre doch mal geil, oder? Ich kann sie mal für die nächste Session machen. Nur Panzer. Nur Panzer. Panzer ist Gott. Komm, machen wir Zeitlimit, machen wir 15 Minuten. Ne, 10 Minuten. 25.10. So ist in Ordnung. Nur Feste mach ich mal, damit alle wieder die gleichen Waffen haben. Stummgewehre. Aber bitte kein RPG diesmal. Ne, nur Stummgewehre. Ja, okay. Okay. So, dann fangen wir mal an hier. Alle sind am Start. Gronkh ist am Start. Curry ist am Start. Tobi ist am Start. Die alten mussten sind am Start. Bum, 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 Bum. 4500. Bist verrückt. Ja, Junge. Tatsache, du bist verrückt. Ich bin ein Gamler. Wir leib und brem. Scharf schützen. Ich habe 700 gewettet. Ich habe echt viel dabei. Guck mal, wie die da hängt, Tobi. Ich habe keine Angst. So. Las Vegas Halter. Die Erfahrung aus Las Vegas. Heißt du? Okay, es geht los. Der Soldat James Wyatt. Lalalalala. Lalalalalalala. So, da steht... Oha. Alter, ist das super. Panzer, Panzer, drei Stück. Wie soll es sich so draufstürzen? Ich habe mir den ganz vorne. Ich glaube, ich nehme mal den hier. Der Tobi steigt gerade richtig elegant in den Jack. Tobi. Das Schöne ist, ich bin noch nie Panzer gefahren. Tut mir leid. Bitte nicht nach rechts fahren gleich mit dem Panzer. Sonst kann ich nicht starten. Die Frage ist, wo sind die Feinde? Ich fahre mal die mit der Anbieter hinterher. Von Frontal 21 geradeaus. Boah, geil. Oh ja, das ist geil. Ja, das hat mich so gezockt. Mach da mal den Dawid. Warte, fährste? Ja, ja. Oder kommen gerade drei Panzer auf euch zu, ne, Jungs? Echt, ärgerlich. Uiuiuiui. Ähm, von hinten? Vielleicht sollten wir uns selbst mal um die Panzer kümmern. Ich fahre mal dem Dawid hinterher. Ich vertraue dir mal, dass er die Karte schon tausendmal gemacht hat. Ja, bestimmt. Das denkt man sich immer so bei den anderen, ne? Ja. Ja, weil das ist ja eine User-Karte. Die hat er wahrscheinlich selber noch nicht so oft gespielt. Aber das ist geschickt. Der fährt hier hinten rum, glaube ich. Ist ja noch keiner, der platt ist. In die gegnerische Basis fährt er, glaube ich, einfach seitwärts. Ich bin auch, ich bin auch, ich bin auch, ich bin auch seitwärts. Boah! Ich hatte eSports-Friegel im Jet erledigt. Erster Kill. Ne, ich glaube, wir müssen noch eine weiter. Ja, das Problem ist, wenn die Fahrzeuge weg sind, ne? Ist weg. Ne? Ja. Oh, da ist schon ein Panzer in der Base, da ist schon ein Panzer in der Base. Der Extreme, äh, Extreme 52. Bonk, wir schaffen das, oder? Ja, ich hoffe. Wir sind auf jeden Fall gerade in der Base von den Gegnern. Okay. Ja, irgendwie kriegen wir das auch mal hin. Ein blindes Fuh fängt auch mal ein. Nein. Äh, fängt auch mal voll. Mach hier ein Fall. Was ist das denn schönes? Ja, machen wir kaputt, oder? Okay. Ja, gefällt mir nicht. Wenn du, wenn du stierst, hast du einfach keine Chance. Fahrzeuge sind weg. Okay, wir holen die ab durch die Mittelstraße. Komm, hier. Was müssen wir, was müssen wir auch machen? Blätten, blätten. Deathmatch. Einfach, einfach töten. Töten. Das heißt, wir sind jetzt in ihren Base und warten, bis die kommen. Nee, die sind bei uns in der Base. Heidel traut, nein, du holst ja nicht mal einen Panzer. Ich kenn dich doch. Ich wollte den echt nicht holen. Hey, ich komme gerade hinter euch her. Ich war nur verwundert, warum ich auf einmal bei euch gespawnt bin. Das weiß ich auch nicht so genau. Alter Curry. Alter, hier sind keine Feine. Da war ein Panzer, ich bin auf den Panzer zugeflogen. Curry. Ihr habt euch gegenseitig getötet. Ja. Kevin. Kevin. Wenn ich den Kevin irgendwann mal echt sehe. Da, vorne, 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 angegriffen. Das ist so schlimm, ey. Tobi, mach mal den Kevin einmal. Dann hau ich dem Kevin in die Fresse. Mach einmal den Kevin, Tobi. Kevin. Übrigens, hier haben wir auch angefangen mit dem Deathmatch gegen die andere Crew, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Das war hier die Brücke. So, den haben wir auch angenommen. Alter, ich habe das übelste Déjà-vu. Was macht man hier jetzt, wenn man kein Auto hat? Ja, wo sind die? Ja, ich laufe die ganze Zeit zu Fuß hier. Links, links habe ich gerade einen gesehen. Da war ein roter Punkt. Die werden mal links fahren. Ich habe mega Laune mit dem Panzer jetzt hier mal. Voll spannend gerade. Und hinter uns sind auch welche. Bleib mal stehen, er laufe zusammen. Ja, komm, Tobi, ich warte auf dich. Da kommt der Tobi. Din, 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 din. Ah, schau dir! Da kommt Panzer! Panzer! Pankis! Guck mal, Tobi! Hast du da hin? Hey, Tobi! Hey, Messe! Oh, 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 guck mal, was da hinter dir ankommt. Du warst doch Feind, oder? Ja, stimmt. Da kommt Panzer an. Oh, oh. Ich bin weg. Ja, dieser Extreme weiß auch immer, wo er hin muss, oder? Ja, der ist ausgestiegen. Ist der dumm. Ist der dumm. Ist der dumm. Ja, Mann, was mach ich denn hier für Panzer? Das war ein Panzer. Pfff. Schön, Rishi hat auch einen Panzer. Der reint, der reint sich da vorne. Ja. Ja, der ist ausgestiegen. Vor uns, direkt vor uns. Ah, das ist der Gronkh. Sag doch was. Entschuldige bitte. Ich fahr hier einfach so rum und versuche gerade zu eruieren, wo die Bösen sind. Tobi, warte mal auf mich. Tobi, warte mal auf mich. Hier hinten sind ganz viele Böse. Ja, ja, warte, ich fahr da gerade mal rum. Böse Menschen sind da. Böse. Sie sind die Böse, Mama. Sie sind die Böse. Sie hauen immer mit Steinen. Boah, Alter, wie ich gerade hier abgehe, ist der Wahnsinn. Aber das war ein bisschen doof, nur Maschinengewehre zu machen, weil die Panzerkrieme jetzt gar nicht tot. Das heißt, der letzte Panzer gewinnt. Oh, 250 Euro auf der Massive ausgesetzt. Alter, ich... Tobi, wie machst du das denn? Alter. Na rechts und dann nach links oder rechts mit X. Ah, Gott sei Dank. Tobi, komm, wir machen mal Gleichzeit. Ist das heftig, ey. Tobi, pass auf, eins. Was ist die Tobi? 24. Ich komm näher. Oh, schade. Oh, schade. Ach, das war schon. Abgeräumt, das war aber auch übertrieben. Haben wir noch gut gemacht. Das war ja easy. Ich hab noch nie so viele Kills gemacht wie jetzt gerade, glaub ich. Noch nie. Ich hab nur ein paar Panzer weggeräumt. Ich hab keine Feinde gesehen. Wo waren die alle? Panzer hab ich auch gekillt. Ja, Panzer hab ich auch gekillt, aber sonst nix. Gesehen hab ich gar nichts. Ich bin nicht gestorben. Ich hab bestimmt null Kills. Ja, ich hab null Kills, null Tode, geil. Einfach, einfach Mitläufer. Ich hab 8000 Dollar Umsatz gemacht, Hammer für nichts. Ich hab 8 Kills und kein Kills. 2000. 8000. Krass. Aber der Dawit hat 10 Kills. Ja, das ist noch krasser. Der ist ja auch viel krasserer Spieler. Der war von Anfang an dem Panzer. Oh, Dawit hat sich gefallen. Alter, weil da hast du die ganzen Feinde bei dir gepachtet. Ich hab gar nichts gesehen. Schade. Trecker des Todes. Okay, Pendelverkehr, ne? Nee, Pendelverkehr des Todes. Der Trecker des Todes ist scheiße. Hab ich schon mal gespielt, glaub ich. Ach so. Der Pendelverkehr hatten wir ja letztens erst. Sprünge, Sprünge und Sprünge. Sprünge, eine Reihe von Sprüngen auf dem Highway. Das hört sich doch cool an. Probieren wir das mal. Sprünge, Sprünge. Wieder selbst erstellen. Selbst erstellen. Ein Rennen. Eine Reihe von Sprünge auf dem Highway. Cool. Aber ist das jetzt Fallschirmsprung oder ist das jetzt? Nee, ich denke. Es hat sogar 80% von Rockstar. Das ist ein Rennen. Ach Alter, das ist das Rennen, wo auf der Autobahn die ganze Zeit immer solche Blockaden sind, wo du rüberfliegst. Genau. Das könnte lustig werden. Oha. Ich verliere zwar eh wieder, aber es könnte lustig werden. Ein kleiner Tipp, da musst du teilweise aufpassen, weil manche Sachen sind einfach nur Blockaden, wo du nicht rüber springen kannst. Und dann fährst du volle Wucht dagegen. Im Verkehr? Da weiß ich schon genau, was passieren wird gleich. Mit Verkehr kennst du dich doch aus, Dennis. Du musst nur machen. Du musst nur machen, schlicheln, du Sandelhübchen. Du hast dich entspannt, grunk, Alma. Ja, warte. Warum machst du sowas? Ey, geil, der Grotti-Cheater, den nehm ich Ah, das ist ein bisschen scheiß, dass die Leute jetzt ihre eigenen Autos nehmen können Ja, das ist echt blöd, da haben wir eh schon verloren Man kann seine eigenen Autos nehmen Ja, ich kann jetzt mein Cheater-Ding nicht getunt haben, aber ich bin ja voll der Lulli noch Ja, geht mir genauso, und wir haben da echt keinen dicken Motor drin und nichts Nee, gar nicht, leider nicht, leider nicht Na gut, verlieren wir nochmal Egal, Hauptsache zeig mal, ne neue Map wieder Wir können ja auch irgendwann mal Maps von Usern spielen, das wär doch mal geil Das Spiel wir doch heute Ja, genau, dass die User selber Maps machen Aber ich kann euch besprechen, wenn es das Rennen ist, was ich denke, dann ist es ein sehr geiles Rennen Also mir ist es unheimlich viel Spaß Also ich finde das Spaß Ja, das ist es, das macht unheimlich viel Bock Okay Aber man muss echt aufpassen Sonst, wenn man da irgendwo falsch hält Aber es geht los Boah, David überholt mich direkt Ja, ich bin auch irgendwie Alter Extreme, hör doch auf zu rammen, bitte Boah Guck mal, seine Nerven schon links am Ende Boah Ja, ist geil, wenn die Leute versuchen zu drehen und die drehen sich dann selber, weißt du? Ja, da freut man sich doch Boah, wie geil das aussieht Alter Oh, ich drehe mich Boah Ich bin nicht weit genug gekommen Ich bin runtergefallen Nein, kann doch nicht sein Ich mach's mal nochmal einen Respawn Mit Y, aber es geht nicht Geht nicht Doch, geht, geht Y, Y geduld teilen Oh, cool Jemand hat mich weggeraust Boah, die sind alle schneller als ich Ich hab' ich keine Chance Ich bin sowas von rausgejagt worden Vierzilter Da ist der Benni und der Sarri Darf'n wir das jetzt? Ne Wo seid ihr? Man kann drüber fahren Ach, das ging eben nicht Ne, eben wenn ich auch festgegangen Wahrscheinlich waren wir zu langsam oder so Ja, oder Die Spalte erwischt, genau Boah, der Let's Play Onkel, wie der mir vorbeizieht einfach Ja, freiwillten Rechi bei mir auch mal Ja, also dem Rennen kannst du vergessen Wenn die ihre eigenen Autos nutzen dürfen Verloren Jaja Ist vorbei Boah, aber das ist ne geile, geile Karte Die Karte ist super Du hättest das aber glaube ich auch einstellen Ja, du hättest das einstellen können im Menü Ja, scheiße Boah Ich hab' das Rennen schon gemacht Und da muss ich echt sagen, das hat unheimlich viel Bock Welcher Platz wirst du gerade? Ich find' das geil, wie die Autos fliegen, Alter Das ist mega Ja Wo bist du denn jetzt? Ich bin letzter, weil ich selber nicht rüber geflogen bin Ah, genau so wie ich Aber das ist geil Ja Wow Boah, Alter hast du mir einen Stunt gemacht? Boah, Alter, mega Boah, Alter, mega Oh nein Aber der war super, der Stunt war es mal wieder wert Oh nein Die 6, 7 mal gedreht wird zu uns Nicht vergessen mit Y-Nitro, ne? Auch schon wieder letzter Ja, ja Puh Beim U-Boot ist Y aus der MP2 War es schon vorbei Hier, über die Brücke, über die Brücke Über die Brücke Ich komm dann ins Ziel Boah Siebter Krass Aber das können wir nochmal machen, das war eigentlich ganz lustig Machen wir noch voll Spaß gemacht Boah Einmal noch vielleicht, ja Ja, genau Mit Fahrrädern am besten Oh, ich bin nicht letzter, ich bin die letzter Ich bin letzter, mit Abstand sogar Ja, da brauchst du halt eine getunte Karre, sonst siehst du keinen Sonnenschein Ne, ich habe aber auch einen super mega Stunt gerade gemacht, der sah echt super aus dafür Null Job Point Aber die Karte ist super, die Karte finde ich mega Super, macht Spaß Du, definitiv Hatte ein bisschen was von Trackmania irgendwie Aber wir müssen halt alle dieselben Karren haben irgendwie, weil sonst das Naja Das stimmt Kann man das nicht ausstellen vorher? Ja, das kann man einstellen Ich guck mal gerade Ich guck mal gerade Ja, wir wiederholen doch jetzt sowieso, dann kannst du bestimmt nochmal neu einstellen, oder? Machen wir jetzt noch einen Und dann machen wir Feierabend Wie das duftet Heftig, deftig, würzig, gut Der beste Wagen ist, weiß ich auch noch nicht Bist du gut mit dem klargekommen, Tobi? Ihhh Was hast du gerade gesagt, Tobi? Jetzt habe ich wieder die Bilder von Walles Hose im Kopf Walles Hose, wie das duftet Wiederholung Einparfümiert, extra für euch heute Von innen oder was? Ich bin sehr hygienischer Mensch, weißt du doch Mein Krüstchen ist immer gepflegt Mh Das mit dem feinen Krüstchen Mit dem feinen Krüstchen und dem Baaah Ich weiß gar nicht, warum du dich da so gut auskennst Und wenn der Walle sich irgendwie auf den Holzstuhl setzt, machst du nur so Die kleine Raupe nimmer satt So, ich mach mal Ne, ich kann das gar nicht einstellen, Leute Wie? Wie? Waaat? Kannst du nicht einstellen? Hier noch ein Schönenerladen die schon wieder? Eigene Fahrzeuge aus Ach da, yo, yo, yo. Ja, du musst das austauschen. Erfolg. Kauf dir Gehirn, Junge. Hab ich nicht. Kauf dir Gehirn! So, los gehts, ey. Gib du mal deinen Ringelnatz da unten ein-creme. Ein-creme? Warum das denn? Das weiß ich auch nicht. Nur weil du so oft einen runterholst. Alter, jetzt fängt das wieder an. Oh nein. Goebbelsar is back. Was hat runterholen mit Goebbelsar zu tun? Ihr legt mir doch was in meinen Mund. Nee, wirklich nicht. Die falsche Wortwahl heute. Welchen nehm ich denn? Den längsten. Brauch ich nicht, den hab ich schon. Ach, das sind immer die Leute, die immer, weißt du, ne? Die sagen, die haben längst. Was habt ihr denn für ein Auto gewählt? Ich hab den Etinity genommen. Ich auch. Ich hab den Infernus. Ach ne, Entity heißt meine. Du hast den Infernus? Ja. Ich setze jetzt einfach mal 500 auf mich, um den Druck zu erhöhen. Ja, ihr Bitches. Wow, ey, du lebst so am Limit einfach. Ich lebe am Limit, ich bin einfach so krass drauf, ja. Wow, Alter. Krass muss man erstmal aufreiten, bitte schön. Ja, ich weiß. Beeindruckend. Das sollte bei Jackass laufen. Wie du 500 Dollar auf dich selbst einsetzt. Oh mein Gott. Huch. Curry, wo ist das vor mir? Okay, Enter. Wollte ich gar nicht. Ich hab doch den Entity gewählt. Es geht los, es geht los. Ist ja strange. Der ist schon wieder super fresh. Der wängt aber schon deutlich besser an als eben. Boah, nein. Tor, 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 Speed. Windschatten. Boah, Alter. Windschatten, Windschatten, Windschatten. Jetzt bin ich mit ein Stück in meinem Windschatten. Ja! Nein! Da hat mich jemand abgedrängt, Alter. Boah, nein. Was? Nein! Boah, ich hab's nicht über die Busse geschafft mit dem Edda. Und jetzt dreht er sich nicht richtig. Nein! Ja, das ging mir eben so. Genau das war eben bei mir das Spiel. Alle hängen sie fest. Oh Gott, ey. Ey, Sechster, wie geil ist das denn bitte? Oh, ich bin Neunter, weil die alle im Graben hängen. Juhu! Shit. Aber es ist auf jeden Fall so deutlich fairer, wenn alle dieselben Karren haben. Ja, das auf jeden Fall. Ja, ja. Ich find das so süß, wie die Autos immer so fliegen. Ey, wie die rumrammen. Wer war das denn? Nein, nein, nein. Boah, Karrebeiner aus Kontrolle. Der geilste Stunt ist dann über die Brücke flugst. Ja, ey, den eben wie ich da eine Pirouette gemacht hab. Weißt du noch? Ja, das war auch Hammer. Das sah ja cooles aus gerade eben. Also hätt ich da nicht so scheiße gespielt, wär das auf jeden Fall einer meiner Lieblingsstunts gewesen. Wow! Xbox Freak 200 ist auf Platz 1. Mal auf, Sacherteiler, kommt was. Oh nein! Nein, schon wieder bin ich hier drin gelandet, Mann! Alter, ich krieg so viel Erfahrung, aber durch die Hand ist der Hammer. Alter, jetzt... Ich bin gegen alle Fahrzeuge gefahren, die da stehen. Ey, das ist so bitter, die Stelle da, ne? Jaaaa! Nein! 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 Ach nö, ich hab einfach Pech. Oh, ich bin doch an der Currywurst vorbei. Sau! Das gibt's doch nicht, ey, weißt du? Ich bin kurz vor dem Ziel. Ich bin kurz vor dem Ziel. Ich muss jetzt respawn mit Platz 3 stehen. Er hat's heute mit mir. Er hat's heute einfach mit mir. Naja, immer noch Platz 8. Platz 19! Äh, 9 bis 19. Alter, ich war 7. Bevor ich an diesem Scheiß-Geländer hängen geblieben bin. Uh! Hätte ich mal den Entity gehabt, dann wär ich Erster gewesen, weißt du? Ne, der trägt mir den Pärfinger. Bestimmt. Merkel-Raute. Boah! Mega-Rennen! Ja, noch 13. Geil! Alter, guck dir das an! Guck dir das an! Ey, wie deprimierend, dass ich bei der letzten Brücke einfach ein Salto in den Mega-Geländer. Die Spieler spielen die wieder! Ach, da ist ein Spiel! Ach, das reicht mir jetzt aber, ey. Das war jetzt immer noch unsere Hardcore-Session. Ich glaub, wir sehen jetzt ohne Scheiß fast 7 Stunden auf. Ja, ja, ja. Da reicht's dann auch wirklich für heute, ne? Boah, Alter, ich werd da... Ach nee, wir müssen noch schneiden. Ach du Scheiße. Ja, genau so ist es. Und deswegen verabschieden wir uns jetzt auch, liebe Freunde. Vielen Dank fürs Mitschauen trotz allem und einen wunderbaren Tag. Tschüss! Tschüss! Bis wieder zu schauen und tschau mit Y. Mit Ö.